Wenn ich mich so umsehe, dann sehe ich eine Welt, die sich in rasantem Tempo verändert. Eine neue Generation setzt sich dafür ein, Technologie und Umwelt in Einklang zu bringen. Der Wandel zeigt sich überall. Nehmen wir Elektroautos. Sie sind nicht mehr wegzudenken von unseren Straßen. Unternehmen wie Hella gestalten die Fortbewegung der Zukunft. Mit Energiemanagementsystemen und Thermomanagementlösungen, die umweltfreundliches Fahren noch besser und wirtschaftlicher machen. Klimaneutrale Antriebe sind nicht mehr aufzuhalten. Sie passen genau in unsere Zeit und machen einfach Spaß. Durch Rückgewinnung lässt sich Energie viel schlauer und effizienter nutzen. Die Infrastrukturen werden immer besser. Das macht den Umstieg auf Elektromobilität noch attraktiver. Ich bin total stolz, diese Veränderung aktiv mitzugestalten. Bei Hella. Unsere Technologien ermöglichen Meilensteine der ressourcenschonenden Mobilität. Jeder im weltweiten Netzwerk von Hella leistet da einen Beitrag. Was uns alle verbindet, ist die Leidenschaft, faszinierende Ideen in die Tat umzusetzen. Und unsere Erfolge mit der Welt zu teilen. Ich persönlich bin immer wieder begeistert, wie sehr sich unser Konzept von Mobilität gewandelt hat und was heute alles möglich ist. Das zeigt doch, wir können uns neu erfinden und etwas bewegen. Nicht indem wir warten, sondern indem wir die Zukunft aktiv gestalten. Das ist unsere Chance.